Hallo und herzlich willkommen zu die Gilde, erster Teil. Wartet mal, wir könnten doch unserem Ludwig Geldgeschenke machen. Das machen wir auch. Das sollten wir jetzt wirklich jedes Mal machen. Ich habe ja gesagt, ich beschränke mich darauf, dass ich das Geld nicht verstecke. Das könnte man natürlich. Irgendwie müsste ich dann nur ein Hinterzimmer einrichten. Wir wollen es uns aber ein kleines bisschen schwerer machen und ich versuche es nur mit Geldgeschenken. Und dann sehen wir mal, wie die Erbschaftssteuer dann am Ende zuschlägt. So, wir müssen allerdings jemanden Neuen einstellen hier. Habe ich euch eigentlich schon begrüßt? Ja, ne? Doch, gleich am Anfang. So, Roggen ist da. Ja, den muss ich gleich einweisen. Und zwar... Ähm... Irrungard... Du wirst auf alle Fälle hier dieses... Was immer ich? Du fängst gerade an! Hallo? Fängt hier gerade an und macht... Wir gehen mal... Auf Fahnenbräu. Achso. Ja, wartet. Das machen wir gleich. Und zwar ein Produktlager. So, und dann kannst du... Ach, Fahnenbräu. Wollt! Aber... Hä? Manchmal... Denke ich... Produktlager. Wir haben kein Produkt... Aber das ist doch Produktlager. Sag mal, schau mal hin. 42.500... Whatever. So, Lagerplatz bauen. Ich hab das Produkt... Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Und wenn wir jetzt diese Könner-Dingsbumse hier entfernen, können wir das? Ich will das hier entfernen. Das ist doof. Wie kann ich denn... Ja, ich möchte jetzt das... Achso. Ach, jetzt! Ach, das dauert einen Moment. Entschuldigung. Okay. Ja, gut. Dann hab ich... Okay, okay! Ich hab nix gesagt. Dauert nur einen Moment, ne? Äh, dann brauchen wir noch... Was ist denn los jetzt hier überhaupt? Äh... Ja, haben wir. Was haben wir noch? Steinbruch... Vielleicht... Ja, vielleicht. Handwerkskunst haben wir steigern können. Das ist super. Ich hoffe, die... Ich hoffe, die werkeln jetzt wie die Wahnsinnigen. So, ich schau mal, dass die... Ja, das steigt hier noch. Aber wartet mal, wir brauchen unbedingt mehr Roggen. Deswegen... Wirst du mal erst mal zum Markt fahren. Wir brauchen es dringend Roggen. Bist du ganz dringend. Sag mal, können wir hier mal die Holztapfen losbekommen? Und du fährst auch noch zum Markt. Leer. So, und du kannst das schon mal hier weg. Okay. Und... Ja, wir haben Schädelbrand, aber... Na, das... Ihr wisst. Da brauchen wir mehr davon. So, Roggen, oder? Komm, Roggen. 29 ist in Ordnung. Seid ihr echt dort angekommen? Ne, wartet mal. Danke für die Information. Äh, doch. Ne, das ist... Das ist sogar super. Warte, wir brauchen Roggen. Und wir nehmen es auch... Oh, Roggen ist super. Das ist traumhaft. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Gerste hier mit. Und wir nehmen... Ah, die sind teuer, aber... Ja, wir müssen ja. Wir müssen. Wir müssen. Weil es eben so ist, ne? Wir müssen in den sauberen Apfel beißen. Ihr seid der Meister. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich mit... Ich bin schon da. Nur keine Panik. Ich nehm alles an, Steinsoldaten, was es gibt. So, und dann können wir unseren kleinen Racker, Ludwig, können wir natürlich wieder spielen lassen. So, Ludwig, dann kannst du dich vielleicht auch mal einem Duell stellen. Apropos Duell und überhaupt stellen... Oh, nein! Wir haben uns nicht schnell genug entschieden. Inquisitor. Was wäre denn das gewesen? Hm. Was müssen wir denn überhaupt werden hier? Hof wird Ehrenämter. Was müssen wir denn eigentlich werden? Hofrat, ne? Ähm... Hofrat. Echt? Das ist unser Missionsziel. Hofrat. Das Amt des Hofrates, aber drei Jahre des Hofrates zu erringen und es für einige Jahre zu halten. Hm, hm. So, wartet. Bitteschön. Wir gehen hier rein. Und... Wir können den Rocken wieder an den Mann bringen. Der Schläge ist sowieso... Ja, die haben wir jetzt genug, ne? Von denen zags. Holz-Zapfen haben wir genug. Dann könnten wir eigentlich... Wartet mal. Was stellt denn ihr alles jetzt her? Zwei sind dafür zuständig. Mit diesem Schädelbräu. Finde ich super. Ne, stark bin jetzt mal auf Kurt. Das hier brauchen wir. Fahnenbräu. Und du... Naja... Was ist denn mit diesem Fahnenbräu? Da brauchen wir ja keinen Weingeist. Hier brauchen wir jetzt nur noch Weingeist, ne? Ja, allerdings... Was denn? Ihr habt schon wieder Schluss? Wie bitte? So, ein Gesellenjahr... Achso, ich wollte euch Prämie zahlen. Ja, das Volk soll mich doch lieben. Einen verführerischen Duft? Ne, ne, wir bleiben treu, unsere Frau. So ist es nicht. Jetzt habe ich natürlich dummerweise... Jetzt habe ich natürlich, dummerweise, ganz viel von dem Zeug hier. Und damit sind die ein bisschen geblockt, ne? Zur Zeit sieht's... Aber mit Starkbier sieht's gar nicht so schlecht aus, ne? Sollen wir uns mal Starkbier... Ja, wir könnten... So oder so mal zum Markt... Dann nehmen wir eben das mit. Ist ja egal, ne? Dann nehmen wir eben das mit. Und... Wer weiß. So. Wir wollen mal schauen nochmal auf den Markt. Ob wir vielleicht noch ein bisschen... Hiervon bekommen. Jetzt haben wir hier Gäste. Weil die geht ja auch weg. Wie warmes Semmeln. Was haben wir hier noch? Stein. Ne, Holz. Ja, wenn, dann Beschläge vielleicht noch. Weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, die Holzzöpfe. Wir schauen nochmal Stein. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir noch so einen Steinzeltorten. Ähm, wartet. Einmal müssen wir noch der Spiele-Lust frönen. Vielleicht schaffen wir's. Hier haben wir den Würfeln. Riskieren. Lasst uns beginnen. So, zwölf. Zwölf. Ne. Habe ich jetzt gemacht, meine Würfel sind gut? Oh Mann. Ne, dann geb ich auf. Obwohl. Ja, ne, dann geb ich auf. Ach Mann, das war böse. Ja. Das war doof. Ich wollte doch erhöhen. Ich wollte doch weiter würfeln. Das war ja doof. Das war doof. Schade. Na gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. So, sieht gut aus, ne? Ja, das haben wir ja hier verpasst. Obwohl, wir müssen sowieso Hofrat werden, um ehrlich zu sein. W-w-w-wartet mal. Oh, die sind nicht gerade meine erste Wahl. Vielleicht die Karze oder die Adaler. Ich nehm die Adaler. Ja, doch, wir hätten doch die Karze nehmen sollen. Weil die entscheidet sich schon mal für sich selbst. Oh, die, das ist ja... Alle entscheiden sich für jemand anderem. Ja, ich hätte doch die Karze nehmen sollen. Jetzt ist er natürlich uns Kram. ... befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Drei Bürger unserer Stadt haben sich für dieses Amt beworben. Ja, wir müssen ja Hochrat werden. Die Wahl ist entschieden. Der Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Es gibt lediglich zwei Bewerber um dieses Amt. Adalgablatt. Die Wahl ist entschieden. Mhm. Das müssen wir jetzt mal schauen. So, sieben. Achso, wir haben wieder den Geh... Doch, wir haben die Verwendung des Gehstückes. Wie lange ist denn der... Wie lange ist der in Verwendung? Vier... Viermal, ne? Aber ich weiß nicht, wie lange der schon war. Acht bis acht Uhr ist super. Jetzt müssen wir trotzdem mal in... ...das Rathaus. Kämmerer. Das müssen wir uns erst anschauen, um ehrlich zu sein. Wir sind hier, Kämmerer. Ja, warum? Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wir müssen ja werden Hofrat. Eigentlich müssten wir hier rein. Und die müssen wir hier raus ekeln. Wir müssen die Absetzung... Wir müssen mal die Absetzung von Kirchheimer... Wollen wir es mal probieren, die Absetzung? Ähm... Können wir jemanden absetzen? Nicht wirklich. Wir können jemanden beleidigen. Jemanden erpressen. Hm. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das kommt gut. So, was haben wir hier? Unsere Stadt wächst. Arbeitslosigkeit, Kriminalität fast... Ja, wir sind schon lange nicht mehr überfallen worden. Das ist richtig. Kämmerer. Können wir in der gleichen Ebene dann? Ja, wir sollten vielleicht doch mal uns auf Kämmerer trotzdem bewirken. Und so... Wie alt ist denn unsere Frau? Herzlichen Glückwunsch. Eure Frau hat euch einen Sohn geboren. Also, mit Söhnen mangelt es uns echt nicht, ne? Wir sind... Wir sind ein Lothar. Lothar ist ein starker Name. Lothar ist ein guter Name. Aber du wirst nichts bekommen, mein Freund. Ja, da werden wir uns auch mal... Da werden wir uns auch mal gar nicht groß bemühen drum. Wenn's denn ist, dann ist es so. Na. So, wen brauchen wir das mal? Sabina Kirchheimer. Eine Hochzeit in der Stadt. Sabina Kirchheimer. Sabina Kirchheimer. Kirchheimer. Wir könnten hier mal schauen. Kirchheimer. Gehen wir mal in unseren Salon. Wir schwärzen mal an. Sabina Kirchheimer. Und... Was können wir in unserer Bibliothek machen? Wir können jemanden verunglimpfen. Zum Beispiel Sabina Kirchheimer. 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 Ja, das ist echt nicht schön, aber... Kein weiter... Ja, wir wollen ja kein... Ach so. Schade. Wartet, wir müssen erst eins abreißen. Wartet, wartet. Wir reißen eins ab. Das machen wir schon. Von wem eigentlich? Spitzelin, Stadtschreiber, Ratsassistent... Ja, von mir aus. Hier, bitteschön. Du hast Glück. Du hast echt Glück. So. Und dann können wir... Kirchheimer. Ja, machen wir die mal ein bisschen lächerlich. Und... Ein Drohbrief können wir außerdem noch verfassen. Wir brauchen Beweise. Wo können wir Beweise sichten? Ein Drohbrief. Jemanden verunglimpfen. Wir brauchen Beweise. Vielleicht durch unser Hinterzimmer. Ja, ne? Oder wartet mal. Wie ist denn das im Arbeitszimmer? Gibt's da nicht auch noch irgendwo was? Handwerkskunstverbessern? Verhandlungsgeschick. Hier. Spionage. Wollen wir mal schauen. Wir gehen natürlich bei der Überwachungsqualität sehr gründlich vor. Ja, so sei es. Gut. Jetzt werde ich überwachen. Super. Also. Jetzt. Gut. Jetzt müssen wir uns aber wieder um unsere Geschäfte kümmern. Nicht, dass wir plötzlich verarmtaschen. Seht ihr? 2397. Okay. Oh, oh. Rocken. What? So. Komm, wir nehmen mal an eure Fischteil. Verehrte Damen, werte Herren, willkommen zur heutigen Auktion. Da die Pacht für diesen gewaltigen Steinbruch abgelaufen ist, wird nun heute ein neuer Pächter gesucht. So gebt denn eure Gebote ab. So gebt denn eure Gebote ab. Herrschaften, so kommen wir doch nicht weiter. Möchte denn niemand mehr bieten? Verehrte Anwesende, möchte denn niemand diese Investition wagen? Hm, wer weiß das schon. Wir gehen mal, das ist unser letztes Angebot. Was ihr da verlangt, ist ja reiner Wucher. Werte Herrschaften, ist denn niemand geneigt, ein weiteres Gebot abzugeben? Oh, das war's. Verehrte Anwesende, die Pacht wurde soeben neu vergeben. Hilfe! Was wollen wir denn mit einem Steinbruch? Der hat nur Kosten. Danke. Na gut. Wir haben einen Steinbruch. Was brauchen wir hier? Gäste. Gerne. Und, ich kann mich jetzt gar nicht um einen Steinbruch kümmern, um ehrlich zu sein. Ja. Ich hab jetzt gar keine Zeit für, ich muss hier, ich muss hier doch ganz andere Dinge machen. So, wie sieht's jetzt hier aus eigentlich? Jemand lässt euch verprügeln. What? Mist. So, wo ist denn jetzt eigentlich der Steinbruch? Irgendwo draußen, ne? Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Das ist schlecht. Ach, hier. Wir müssen kurz mal in den Steinbruch schauen. Was es damit auf sich hat. Aha. 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 Ja. Was ist gelageveranstalten? Da wird ganz schön gearbeitet. In dem Steinbruch. Ja, dann, ich kann mich, gibt's da irgendwie auch, dass wir einen Karren verschicken können? Ähm. Ja, dann, verschickt doch mal hier, das sieht super aus. Hier, bitteschön. Das sieht nicht so super aus, aber wir verschicken es trotzdem mit. Und... In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ähm. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Also, was fehlt denn? Gäste. So, was fehlt... Jetzt ist doch hier alles gut, ne? Verwendung von Parfüm ist erlaubt. Da arbeitet jemand tapfer vor sich hin. So, dünn Fahnenbier, okay. Das wird wieder weniger, ne? Würde ich mal sagen. Äh, warte jetzt mal, aber wenn ich hier das... Hier könnte ich ja noch... Dann haben wir genug von dem Zeugs. Weingeist wird... Wir brauchen jetzt auf alle Fälle Gerste und Roggen noch. Das ist schon mal wichtig. Wir brauchen Gerste und Roggen. So, ja. Ich verstehe. Wenn wir Gerste und Roggen brauchen, dann muss ich nochmal einen Wagen hinschicken. Ähm. Öhm. Hier. So, Gerste und Roggen. Äh, ich nehm ein... Ja, aber so. Gut. Ja, super. Und... Ihr arbeitet fleißig. Warte jetzt mal. Ich gebe euch mal eine Gehaltserhöhung. Ne, keine Gehaltserhöhung, sondern... Hier, das Volk soll mich lieben. Und wir geben mal eine Gehaltserhöhung. Ne? 600 ist super. Auf in den Kampf. Wir haben aber, glaube ich... Ah, jetzt die Kriminalität. Sie steigt wieder. Ach, zwei. Also gegen... Also, bitte euch. Ich bitte euch. Dass ihr es überhaupt wagt. Dass ihr es überhaupt wagt. Schützt die Stand für Ruhm und Ehre. Für Ruhm. Zertrete das Ungeziefer. Ja. Eure Befehle. Zertretet mal hier. Selbstverständlich. Naja, klar. Sind sie. Geflohen. So, haben wir jemanden erstes Lehrlingsjahr? Okay. Gesellnjahr, Gesellnjahr. Okay. Gut. Ähm, auf dem Marktplatz. Das ist super. Da komme ich gleich. Angedüst. Denn wir brauchen sowohl Gerste als auch Brocken. Was können wir noch mit einem... Schläge haben wir immer noch mit dabei, ne? Bitteschön. Ja. Wir schauen mal nicht auf den Preis, weil wir brauchen es. Wenn wir es brauchen, brauchen wir es, ne? So, wie sieht es jetzt hier aus mit unserem Steinquadern? Wo ist denn das überhaupt? Stein hier. Ne. Rohstoffe wahrscheinlich. Hier. Ja. So. Hier 26. Das können wir verkaufen. Er bringt uns kaum Wissen. Um es ehrlich zu sein. Bringt uns kaum was. Was macht es stark, ihr? Blöd. 1862. Es geht immer weiter nach unten hier. Schlecht genug ist es. Schlecht genug ist es. So. Dann bekommt ihr wieder Gerste und Rocken und Beschläge. Oh, schade. Kannst du deine Holzzapfen loskriegen? Ah, nicht. Dann nicht. Wie sieht es aus mit Schädelbrand? Ja, in Ordnung. Sehr schön. Die Stammtisch-Runde war wieder aktiv. Oh, ein kleiner Beutel. Warte, warte. Ich muss aber trotzdem nochmal in das Bürgerhaus. Und zwar, ich glaube in der Bibliothek war es. Und ein Drohbrief verfassen. Mist. Waren wir zu langsam. So, und da muss ich leider schon wieder Schluss machen. 25.000 ist supi. Ist supi. Gut. Finstere Maßnahmen. Jetzt wird in den Kellern, wird, jetzt, ne, jetzt merkt ihr, jetzt werden wir langsam. Michael wird nun eindeutig korrupt. Der will den Hofratbosten. Das war schon immer seines Vaters verlangen. Und das will Michael noch zu seinen Lebzeiten, ne. Zu seinen Lebzeiten möchte Michael diesen Posten noch erreichen. Ach, wir haben uns ja als Kämmerer beworben, ne. Der Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Es gibt vier Bewerber. In Ermangelung eines Ernenners entscheidet das Los für... Mich. Wieso sind da eigentlich keine Ernänner dabei? So, wir haben neun. Der Gehstock ist noch aktiv. Oh, sieben Uhr bis... Neun Uhr, das ist wieder langer. Der Gehstock ist... Der Gehstock ist aktiv. Glaub, hier könnten wir verhandeln, weiter ausbauen. Oh, da ist schon wieder jemand gestorben. So ein Mist. Ja, das ist super. Bürgermeister. Wir wollen aber kein Bürgermeister werden, leider. Natürlich, wenn wir davor jetzt wegsterben, ne. Dann haben wir natürlich nichts gekonnt. Dann fangen wir wieder von vorne an. Hier ist jemand auch noch gestorben. Ähm, wo sind denn meine Personalbücher? Ja, das könnten wir alles erweitern, aber jetzt momentan nicht. Wo ist denn... Wo ist denn hier das... Personalbuch? Söldnerhütte? Hallo? Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Äh, ja, apropos. Apropos. Apropos, apropos. Das habe ich ganz vergessen hier. Ne, ne, Ludwig. Verdammt, ich habe, glaube ich, Ludwig vergessen. Ludwig? Du. Genau. Achso, die Goldkürte. Ne, die brauchen wir erstmal auch nicht. Ich bin total überfordert. Ich höre jetzt erstmal auf. Jetzt machen wir das nächste Mal weiter. Ciao, ciao. 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 Ciao.